Thomas, du musst mir ein Geschenk bekommen. Ich hab das Geschenk bekommen. Ich höre deine Freude. Hast du das Geschenk bekommen von deiner Freundin oder von wem? Von einer Frau. Von einer Frau. Ich flirt mit dir, das ist keine Sache. Hast du das Geschenk, wenn du nicht wusstest, was ist? Das war schon klar. Ja, theoretisch. Und? Hast du das Geschenk bekommen? Das sehe ich am Ende. Wenn ich eine deutsche Antwort brauche, was ist sie? Du bist Jurist. Du bist Jurist. Du bist Jurist. Du hast ja gleich einiges. Jurist, läuft bei dir. Hammer. Hast du welchen Antwort brauche, der ist für mich da? Thomas. Ich verfeigere die Aussage. Er hätte keinen Bock mehr. Ich glaube, sie wird die Scheide. Es tut mir leid. Das ist... ... ...